den Server? Das nächste Portal. Der Demo-Mod. Oh, bitte, der Schluckauf kommt wieder. Bitte nicht. Der. Der Schluckauf ist wieder da. Wie, zwei Stunden? Hat es jetzt Ruhe oder so? Toll. Vielleicht geht der... Nein, er geht nicht wieder. Wir gehen auf jeden Fall durch das Portal. Hallo, warum kann ich denn da nicht durch? Jetzt. Scheiße. Ab meinem Heizungen schon heute... Heute Mittag um 12 Uhr angemacht habe ich meine Heizung schon. Und langsam wärmt es. Oh. Oh, bitte, nicht wieder eine Stunde lang Schluckauf. Ich bin jetzt noch so fertig vom letzten Mal. Für alle Leute, die vorhin noch nicht da waren, ich hatte... Oh. Ich hatte diesen Schluckauf eine Stunde lang am Anfang vom Stream. Er ist wieder da. Toll. Oh Mann, das ist wirklich Freitag der 13. So, wie er... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh. Ich stelle mich einfach hin und lasse den Schluckauf die Arbeit erledigen. Oh. Oh Mann, Ruhe. Fuck. Scheiß Schluckauf sein. Nö, äh, Mist. Fuck. Fuck. Ich glaube, wir müssen jetzt hier rein. Boah, Mist. Ich bin ein Superheld, oder? Ja, von mir hätte ich auch keine Ahnung. Uff. Oh. 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 Oh, ich bin jetzt... Oh, fuck. Wieder gegen Ferne... Oh, ich bin ein Gipfel. Ein Gipfel, ein Ötenes Zittergipfel. ist ja das hatte ich heute auch in der schule das hat das stück auf dafür gesorgt dass im unterricht wusste wie geil ja heute weiter der 13 aber wahrscheinlich beide deshalb ich bin jetzt noch so fertig von der ersten stunde die ganze zeit immer ein schluck nach dem anderen in jedem satz war so anstrengend jetzt ist das wie wieder da soll das nur warum ich jetzt bitte was trinken und wir rennen vor aber weiter durch diesen furchtbaren turm wollte ich sagen die fliegdinger müssen wir töten oder nicht ich bin hier um euch zu töten so mann und die wo fliegen die alle hin so ach mann ruhe scheiße die geil lala musste aus dem unterricht wegen schluck auf und dass er wegflogen was er denn nicht geflogen oder da ist er kommt wieder das schön totes so schluck auf ist weg was das hier kann was bekämpfen anscheinend ja winds of despair auch scheiße ah ah oh der diese kleinen diener heilen den wohl wohl irgendwie sie machen überhaupt keine lustigen geräusche beim schluck auf die screte und dabei habe ich schluck auf komische geräusche so redig mann oh je wir sind hat's auch noch wussten wir sind in slow motion weil ich hier schnell sterben mit diesem blöden wind mann bämm, yeah, der saß ach so weiter geht's weiter, sehr geil, scherz hallo, einreif, ein Eingriff oh ich bin, ich bin gefangen, ich bin gefesselt nicht mehr ich mach dich fertig ich mach dich fertig ich schlug auf in dich zu Tode na also oh, scheiße ach, man wir weiter, so, hier ich sage überhaupt nichts mehr, bis der Sugar vorbei ist, rede ich einfach nicht mehr so, einfacher ist das oh Gott alles gut, ich bin da, alles packt so, wo wo müssen wir jetzt lang da, oder so, da, oder so da herkommen weiß noch wer, wo wir herkamen nee, ich glaub, hier sind wir nicht hergekommen hier ist alles voll mit viechern die sind wenn ich herkommen die haben rennt aber gut dass wir wir können jetzt fliegen wir töten die alle mann greift er mal an wo ist er denn da so kriege ich nicht ins tag ich habe ich habe handicap ich habe schluck auf der supermann hat seinen krüppel so liebt ich habe schluck auf scheiße kryptonit irgendwie cooler oder nur albern ach man mann ruhe was ist das scheiße wo wo ach so da oben die fliegen hier überall oben oder ist das ist ja es ist total anstrengend ist draußen waren mit friedlichen reifen durch die gegend siegburg mal wieder die prols auch da ist noch immer ein gegner da sind noch gegner tötet da ist alles schön ist es kann keinen satz reden und ein scheiß stück auf jetzt ist es jetzt nicht vorbei nein das ach wieder so ein dings wie eben da müssen wir hin oh oh wo ist immer drauf immer drauf vielleicht das weg klicken vielleicht ne komm ha 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 dings dings was mit pickel das war lala lala hatte doch mal diesen riesen pickel auf dem kopf da greif ich da nicht weiter an los mann dieser blöde schluck auf da dachte er wäre weg aber er ist nicht weg aw jawohl kaputt oh ne gar nicht kaputt heh der fällts wieder auf ja das war ist doch ein schluck auf Das ist ein Schuss. Oh! Oh, warum ist das ein Schuss? Oh! Das ist ein Schuss. Oh, das ist ein Schuss. Mann! Oh! Oh, krass. Ja, ja, der Schluckauf ist wieder da. Fuck. Das ist schrecklich. Ist wieder da. Das hier ist eine ernste Angelegenheit. Total episch. Der Schluckauf uriniert das alles. Das macht die ganze Stimmung kaputt. Ich glaube, die das mal einfach fliegen. Wahrscheinlich müssen wir die gar nicht alle töten. Aber das da hinten müssen wir töten, glaube ich. Ach ne, das ist unser Geist. Das ist unser Dämon. Der immer wieder nichts macht. nur am chillen ist. Komm, wir helfen uns doch mal beim Kämpfen und so. Obwohl von einem Roboter mit Schluckauf nimmt der wahrscheinlich keinen Befehl entgegen. Ja, äh, äh, äh. Ach, Mann. Fuck. Haha. Das ist aber echt mal Freitag, der 13. Äh, äh, äh. Oh, Gott. Mist. Oh! Wieso greift denn dieses Ding da nicht an? Steht direkt vor mir. Oh! Können wir weiter? Oh, ja, der Dämon. Oh, guck mal, jetzt kommt der Dämon mit. Hier im Flur kämpft der Dämon gerne. Anscheinend kämpft er nicht gerne in großen Räumen. Komischer Dämon. Kochkatz. Egal. Aber wir haben unseren Spaß. Bei uns nicht gegen die Kämpfe. Haha. Sieht total wie fix. Ich, ach ja. Mann. Wovon kämpfen die denn? ach so da oben fliegt man kann ich da mal hoch ich will ich dann noch mal nach oben auch so mit der leeren taste gar nicht mehr schluck auf ist bei mir genauso schlimm wie wenn ich niese leute die mir öfter zugucken wissen wie es ist wenn ich mal nie bleibt aber kein stein mehr auf dem anderen so ist das beim stück auf auch ich habe extrem selten schluck auf und ich in diese extrem selten aber wenn dann keine sachen so wir kämpfen es weiter vor wir im namen der gerechtigkeit kann das mal irgendwie alles drecklich ach so hier macht mal und mein rest da der ist noch ein stück stirbt er hat jetzt der nächste die kleinen tun mir fast schon ein bisschen leid die sind so mager und kippen dann auch noch so da ist ja noch einer da hat er in den namen der schluck auf du sollst nicht pass im namen der schluck auf oh was heißt schluck auf eigentlich auf englisch in dem namen der ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich meine auf englisch heißt das hiccup oder so der dämon will wieder mit uns reden was wir dann jetzt hat er keinen bock auf den schluck auf ich konnte gar nicht sehen was in dem kassen stand so ging er ab jetzt hat aber mal jetzt das ist nicht der los als kann er an der mara was verstellen ein und bleib hier schön und das sind ja hier schön die ecke drängen und dann hier online ich bin ich bin ich hab das schluck auf tot vergleichs wieder wartet wie entlang schluck auf hier wie das mit mir in my shadow mir in my schluck auf we make your town rock wo sind eigentlich alle anruhe ich hab mich verlaufen wo sind die denn ach so warte ich bin in einem ganz anderen raum aufgewacht oder ich muss jetzt wieder zu den fliegen aber gut dass ich so eine super ortserkenntnis habe hier ich finde die bestimmte wort man ach nee sie sind war reinkommen er ist ja wo sind die anderen denn scheiße es gibt hier gar keinen anderen weg waren nicht haben schluck auf probleme vielleicht sind wir da doch vielleicht sind wir da durchgegangen dass das tor doch 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 warte ich glaube das ist richtig ja ist richtig aber wo sind sie jetzt weiter gegangen ich mache gleich den ton vom streamer aus ja ja vor allem ich muss mich so zusammenreißen ich streame ja hier ich wenn ich das bei irgendwem bei irgendeinem streamer sehen würde ich auch wohl liegen scheiße das muss ich mir wirklich aufgucken aufgucken ich meine angucken hinterher da kann bestimmt ein highlight draus machen da haben wir sogar zwei highlights sind der erste der erste schluck auf und dann auch der zweite vor allem war ich nach dem ersten schluck auf attacke nach der ersten schluck auf attacke schon so fertig dass ich fast eingepennt bin jetzt kommt noch eine danach werde ich wahrscheinlich in chroma fallen so ok wo aber wo sind die anderen habe ich ich finde euch alles gleich weiß wer seid ich muss nur hier durchkommen ja jetzt haben wir gleich wieder eingeholt im namen des schluck auf stehen bleiben da die schluck auf sie sind verhaftet tada da bin ich so was aber wenn muss hier drüben die da die schluck auf da steht dann noch mal auf sie erfährt mit einem schluck auf köln wo ist hängen geflogen egal in dem stil verbrühe ich jetzt sehen jemand ich stirb ja da hat sie da hingewacht so alles wieso werde ich so zurückgeworfen soll das da ist hey komm raus hier hat angst vor meinem schluck auf wahrscheinlich gegen die er gegen dagegen die waffe haben sie nämlich keine waffe gegen schluck auf ja haben sie keine resistenzen gegen ich wollte sagen ich glaube das war es hier oder das war durch das ding durch das portal da jetzt meine ich ja wann hat es angefangen 20 vor acht oder so oder für vor acht ging es wieder los meine ich ich bitte nicht wieder eine ganze stunde los hey wieso achso falsch hast du achso hier hier schon sirenen der stadt die kommen mich holen achso jetzt sind wir wieder draußen achso jetzt müssen wir wieder mit der mit der witchcraft reden hier mit wie heißt die denn witchcrafter witchblade witchcraft achso was hat sie gesagt achso schon wieder was was wollen die wir werden schon wieder von irgendeinem anrufen sogar hier draußen dabei sind wir gar nicht in dem bösen turm ich weiß ich weiß gar nicht wie ich angegriffen soll es sind so viele ich kann nicht mehr man los hau ihn doch ja na guten flug ab wir fliegen hinterher aber klappt das nicht meine rockartastatur die ist die die springt wieder kann ich dafür nein nein das bleibt doch stehen Mist ich kann nicht ich oh da sind die nächsten die 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 noch mal so oft wie es muss ich glaube ich glaube ja es ist so was machen jetzt zurück nach mir ich will nicht hier vorher war in dieser komischen lila welt hier gefangen sei doch du bist blöd was was ein viel was empfehlen sie mir gegen heuschnupfen äh quatsch gegen schluck auf heuschnupfen was redet ich für ein quatsch good work ja 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 alles klar let me know when you are rested enough to move to the next portal ja let's go so schnell sind wir hier raus das nächste portal kommen wir nie wieder weg all inclusive das ist das nächste portal ja dann mal rein und die muss erst und unser dämon kommt mit muss ich auch noch mal mit dem reden anscheinend enter the chamber to the queen kann ich lesen wir gehen rein das ist aber nett aus als in grün ein scheißer schick wollte sagen es taugt zudem die man das verbinden knowledge and there's knowledge that destroys its process dies geht also nämlich schluck auf wir lesen bringt überhaupt nichts okay hier wir sind hier und wir machen auch hier als wir noch hier alles egal was auch immer mit der kraft des schluckaufs auch hier bücherei und so cool hat einen leserausweis dabei an ein bücherei und ein bücherer book wollte singen aber mit dem schluck auf kann es auch ganz vergessen hier das passt sehr gut ein bücherer book a bug machen mann der schluck auf soll weg gehen an mist so unterprüfen sie schon mit warte auf mich ein bücherer ein bücherer ein bücherer ein bücherer und bücherer und nochmal bücherer kann ich anscheinend sagen und schluck auf bücherer und auch wenn ich nicht sagen habe ich schluck auf also kann ich genauso mit weiterladen ein mist aber wenn euch das spiel runterladen dann spiel zurück mit uns im stream weil alleine kann man zwar auch eine weile spielen aber richtig spaß macht halt wenn du in so einer helden gruppe unterwegs bist dann ist wirklich lustig also und ihr müsst also wenn ihr nächste woche mitspielen wollen zum beispiel ihr meister metallikus ist jetzt so level 14 15 so um den dreh rum das reicht dann schon aber ich glaube sowieso man wird hochgelevelt wenn man in eine gruppe geht wo die leute höheres level haben ich meine man kriegt dann so ein button wo draufsteht ob man höher gelevelt werden will also kann man auch mit leuten in der gruppe gehen die höher sind als man selbst glaube ich gibt es hier so eine funktion das heißt glück auf wenn wir uns nichts haben heute in der schule alles probiert aber er scheint ja irgendwann bei mir tut es von anfang an weh so ein stück auf das genauso wie wenn ich miese danach habe ich auch kaum schmerzen bei mir wird nur ordentlich genießt und auch nur ordentlich geschluckt auf falls dieses wort gibt was sind das hier das muss ich ja mal ekelig aussteigt an die zunge raus release verbinden oder ist aber man muss die bücher also hier gehört es ist wohl eine aufgabe bücher zu zerstören und da kommt dann der bibliotheker und ist sauer war das buch hätte keiner gelesen das hat den ganz ekligen mund und so das buch hat keine angefasst also hier müssen also alle bücher die so rumstehen suchen wann war das das war wohl das erste mehr gibt es hier noch nicht dann gehen wir durch die nächste tür oder gibt es hier noch mehr sollten sollten wir hier mal alles absuchen vielleicht sicherer teilen nicht dass wir am buch verpassen so sind wir hierher gekommen ach da kommt das fucking windows update nein ich will jetzt nicht neu starten später ich hatte vom stream wieder so ein blöses windows update von wegen starten sie ihren rechner noch mal neu habe ich diesmal aber nein gesagt jetzt nervt mich alle paar stunden das oh nein ich habe es nicht auf vier stunden gestellt ich habe es auf zehn minuten gelassen in zehn minuten wird sie wie wieder da sein haben okay ich gehe mal rein ich glaube hier vorne war kein anderes buch mehr oder ist der halblinger ich weiß nicht wir sind halt in so einer instanz ich weiß nicht ob uns in die von draußen in die instanz hier folgen kannst das weiß ich echt nicht keine ahnung weiß dass wir ob das geht können wir halblingen hier einladen und hier irgendwie in den stanz bringen ach so wir können noch gar nicht weiter wir müssen hier erst mal alles absuchen nach büchern oder was also hier gibt es wohl diese bücher mit den zungen und die muss man entfernen oder dämon überholt mich sogar der scheint er zu wissen wo es lang geht hat dann zeigt er uns die bücher oder was ich fliege einfach mal den typen hinterher scheint er scheint ja genau zu wissen und stattdessen buch und gegner an 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 ich kann nicht mehr da kommen noch mehr gegner als wieso habe ich denn den großen hier erwischen ist aber den auch weg ohne der wix nicht egal wir haben seien als sie die kämpfe machen wirklich super spaß in dem spiel nichts sagen bm 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 schlucker wird auch nicht besser ach und da bewischt haben wir mich im mist und anscheinend respawn ich hier ganz ganz vorne wieder muss wieder ganz weit laufen ich werde ich verfliegt mich in der bibliothek vorrang geht es nicht weiter ich finde die anderen schon wieder vor fünf minuten haus in minecraft und finde jetzt selbst im creative mode nicht wieder sehr gut leider auch nicht schlecht mir tut alles weh hier durch die tür mussten auf jeden fall hier ist zwar keiner wie es aus dem buch wenn ich schon mal hier bin dann können wir gleich mal das buch erledigen das ließt eh keiner ach du kacke jetzt bin ich ganz alleine mit dem hier und hier sieht aber so aus wenn ich stärker und schluck auf hätte ich sie alle umgebracht ganz bestimmt ach so als bin ich wieder hier vorne ach nein mist hervorragend ja man kann es halt kicken ich bin mein prinz prinz aber was will der halbling denn hab mir vor ach so ja ich weiß aber nicht wie du hier hinkommst also wenn wenn wie lade ich den halbling denn hier in die gruppe ein wahrscheinlich muss ich ihn erstmal auf meine friendslist tun wo ist hier die friendslist oh 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 god oh 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 social friends doch mal auf du scheiß fenster nein ich wollte hinzufügen hat das ein kack ein team immer ach so eine stadt das ist ja nicht wie viel ich ein freund zu keine ahnung wie das geht das war gleich mal in ruhe gucken ok also das erste mal durch die tür so jetzt weiß ich zum beispiel schon nicht mehr wo ich lang muss die karte ist ja wie bei so einem alten msd spiel ich muss zu denen den beiden gelben dreiecken da das event ihr auf mich wartet könnt ihr den halbligen ja vielleicht auch einladen neben sagen wie das alles geht ich weiß das nämlich nicht bin ich hier richtig ja der war immer noch nicht da und ich will nicht schon wieder sterben fliegt auch schnell los weg so ein mist ist schon wieder gestorben ich muss erst mal hier irgendwo wieder gesund werden man nicht ich werde mal die lalataktik an ich stelle mich in irgendeine ecke bei dieser schluck aufmacht ich werde ich kommen ja wohl hoffentlich nicht hinterher ne kommen sie nicht okay mir geht es doch wieder gut geil lala finden die haus echt nicht mehr irgendwo ist aber noch eins achso wir suchen noch ein verletztes ein letztes buch achso ja das finden wir schon ja dann sucht immer das buch und ich versuche den halblingen erstmal auf meine friends list zu kriegen das muss doch eine chat settings options wie was es musste die wo ist denn ich will ihnen die friends list dieses game muss seine friends list haben social na also so er ich möchte suchen search by name wir suchen den magus eben was das magus magus sebastos magus sebastos da ist er perfekt so und den will ich ähm und player fand ja wie machst du wie krieg ich denn meine friends list private message at friend ah cool schön äh da muss er ja jetzt bei friends sein da kommt das windows update wieder nein ich will meinen rechner jetzt bestimmt nicht neu starten in vier stunden bitte später durch wenn ihr auf wiedersehen so da ist also und wie kriege ich denn jetzt hier hin invite to team das kann man schon mal machen team einladung ist draus error inviting was hat er ich kann nicht einladen was hat er gesagt ein weiter team wieso muss ich die ganze scheiße machen wenn ich noch nicht mal der team leader bin wer von euch ist ein team leader das müsst ihr machen mein gott also und ein buch fehlt okay dann suche ich in der zeit mal das letzte buch hier ist das letzte buch würde ich sagen oder ja da mal kommt hier auch wieder angreifer ups oh dann greifen wir lieber an hier dann lad den halbling mal bitte hier hin ein ich kann das nämlich gar nicht ich bin ja gar nicht der team oh der scheiß schluck aufgeht nicht weg das ist jetzt wirklich bald wieder eine ganze stunde gott was macht lala ja das weg mit all seinen schätzen der scheiß oh lala hat ihr haus verloren normale frauen verlieren ihr handy oder so lala verliert ihr haus okay das war jetzt das letzte buch das letzte buch gott ich bin so fertig aber und und wo was jetzt sind wir mitten diesem bücherei labyrinth hier gefangen also ich mit meiner orientierung finde hier nicht mehr aus ich hoffe irgendwer findet den ausgang oder oben wo der rote kreis ist da ist wohl da müssen wir wohl hin mal sehen ob wir hier ist übrigens noch ein buch und auch da sind noch fremde oh da gehe ich nicht allein hin da sind lauter leute die das letzte buch bewachen das ist wohl eine besondere ausgabe hat sapten wert da können wir nicht einfach so hin äh äh wen greift jetzt an ich weiß nicht den da wieder oh verdammt oh den nochmal wegkippen bam yeah ja und jetzt der tod noch ein schlag ja das war was ich schluck auf mach mich fertig ich was sagen die emotes weg äh na mit ja so sterb endlich mal ihr blödmänner das sind bibliothekare kämpfen um jedes buch bam so der letzte bibliothek klar geht da noch ne der letzte steht noch ok dann weiter ach 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 warte jetzt müssen wir das buch äh und schnappen das haben wir ja noch gar nicht oder hat das einer von euch äh in der zwischenzeit äh äh zerstört ne da ist es noch ach fuck das letzte seiner art wir verkaufen es bei ebay ne wir machen es kaputt ey das war ein schluck auf mit einem bäuerchen ich kann nicht mehr mein handy verliere ich auch immer yeah ich hab's ach so beim haus fehlt noch das bett das wollte ich das nach einem platz das wollte ich da gerade hinbringen jetzt hat leider nur ihr bett aber kein haus mehr naja eine frau und ein bett damit lässt sich auch was anfangen ach man dieser blöde schluck auf so wir müssen jetzt äh wir müssen endlich hier weg das war das letzte buch ach du kacke müssen wir müssen wir ja gegen die kämpfen oder können wir hier weiter also ich oh meine stehen die uns im weg auch wohl nicht unser 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 dämonen typ ist auch schon hier hier ist die nächste tür hier können wir rein jetzt also die beleuchtung hier und so also über comics da kann man sich ja streiten aber ich finde die atmosphäre und so hier finde ich total cool das spiel ist echt nett gemacht ja dann mal rein da und wir kämpfen schon wieder gegen irgendwie kam sind wir da müssen wir schon wieder kämpfen für ein 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 kein ein ein den haben sie nicht synchronisiert. Auf jeden Fall höre ich ihn nicht. Oh, der Arme. Der hat noch keine Synchro. Ja, ich habe Schluck auf dafür. Ja, dann greifen wir den mal an, oder so. Jetzt möchte ich eins auf die Fresse, Typ. Oh, ich kann ihn nicht in der Gegend rumkicken. Das ist halt zu stark für der Jack-Fool. Die machte Schluck auf, es wird ihn bezwingen. Prinz, macht der Schluck auf dich? Oh, wie bekloppt. Als sonst was. Ne, außer dem Schluck auf, aber bin ich so, oh, 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 so wie immer. Ach, ich... Weiß nicht. Ich bin so verrückt wie immer. Oh! An mich nervt, dass ich den nicht in der Gegend rumkicken kann. Die Welt, Mann. Ich stehe ab. Ah, dafür haben wir ihn gleich tot. Das ist ein Huhn in meinem Haus. Oh, ach so, ich habe hier Loot. Wie hebe ich da nochmal auf? Oh! Oh! Noch mehr Loot? Ja, ich will alles aufheben, was hier ist. Warum dauert das denn so? Oh! Ach so. Ist Jack-Fool jetzt tot, oder hat er sich noch wieder unsichtbar gemacht? Oh! Der Dämon ist dann am chillen. Er will noch nicht. Wir müssen irgendwas machen. Oh! Oh, red mal einer mit ihm. Ich habe eh keinen Bock mit meinem Schluck auf kein Irgings vorlesen. Wahrscheinlich muss man jetzt mit ihm reden, ihm sagen, dass er keine Angst mehr haben muss, hierher kommen kann und dann sorgt für den Rest. Ist doch schön, wenn du einen Huhn da im Haus hast. Das legt dir jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei. It is finished. It is finished. Yeah. Das sind Finnen hier. Habt ihr gehört? Das ist finnisch. Wüsste ich gar nicht. Finnisches Entwicklerteam, also okay. It is finished, hat er gesagt. Ich finde, das sah eher norwegisch aus. Aber okay. So, also und jetzt können wir gehen. Hoffentlich war es das jetzt auch. Gebe ich schon noch weiter. Ich kann nicht mehr. Oh, wir sind zwar raus, aber jetzt ist hier ein Riesenangriff. Oh! Oh, da steht die Witchblade und da kommen Anreifer. Here they come. Ja, super. Ja, da kommen sie wohl ja. Und jetzt? You are too late. The Avatar of the Queen beyond the pain is free. Now allow us to pass. Oh! Jetzt kommt er bestimmt und zitiert Gandalf. Ihr kommt hier nicht vorbei. Witchcraft is badly hurt. Open fire. Oh, er hat unsere Witchcrappen äh, getötet. Also, äh, verletzt, meinst. Die Stimmen verletzt. Äh, und äh. Ich nehme an, wir verteidigen jetzt erst mal unsere arme Witchcraft, die hier unrechtlich gehauen worden ist. Das geht ja so auch nicht. Oh, auf den Großen, auf den Großen. Wir sind Superhelden. Wir beschäftigen uns nur mit dem Großen. Aber kann ich den weckicken? Ne, kann ich nicht. Mist. Ignoriert mich sogar völlig. Höh, höh. Er hat wohl keine Angst vor Schluckauf. Aber er, er wird sterben. Ey, dieser Schluckauf macht mich fertig. So, erledigt. Höh, höh. Hör. Nur den Schluckauf, der, der ist nicht erledigt. Der ist nicht aufzuhalten. Oh, ich bin, ich bin krank. Ich muss mich verfallen. Höh. Da, da kann ich nix für. Es war ja ein Schluckauf. Handicap. Scheiße. Was sind die jetzt? Ach so, direkt hier unten. Alles klar. Dann gehen wir direkt runter. Dann gehen wir direkt runter. Oh. So, die kleinen hier werden sie sich wegschicken. Yeah, das geht. Cool. Oh. Bumm, da fliegt er. Oh. Hey, komm mal runter da oben. Jetzt habe ich ihn da raufkriegt. Jetzt bleibt er einfach da oben stehen. Das geht aber nicht so. Mann, da ist das eine Bolzerei. Hört das irgendwann mal wieder auf? Oh, wir haben... Ja, ich habe den Schluckauf. Oh. Quatsch. Es soll aufhören. Es tut so viel. Ich will kein Schluckauf mehr haben. Ja. Und da ist er toll. So, wer lebt jetzt? Oh, das Ding hier direkt nicht mehr. Schwinde. Yeah. Das ist wegkicken. Buh, yeah. Na, wie gefällt dir das? Das geht. Mal wegkicken. Bamm. Ha. Zauber unterbrochen. So macht man das. Der Schluckauf behindert mich überhaupt nicht. Oh. Ach, immer noch ein nächster Karl. Ich hoffe, das führt bald alles mal zu irgendwas. Ha. Wo ist denn jetzt unsere Frau Witschblät? Oh, da liegt sie und ringt mit dem Tode. Oh. Die Arme. Ja, ich bin kein Arzt. Äh, wir... Och, da gucken wir wieder an Angriffswelle. Das ist ja ein Mist. Hier. Immer rennen ins Vergnügen. Bäm. Ja. Wie könnte ich scheren, Monster? Ah, wie... Ach, Gott. Busch. Oh. Leider geht essen. Oh, weil Leider gibt sie da Brot zu essen, die Arme. Ach. wir sind zuweilen wir beschäftigen uns nur mit den gröden da ich jetzt ganz allein hier rumstehen nehme ich mal an wir müssen durch das portal ich habe mich alle allein gelassen nur weil ich schluck auf habe ausgestoßen ich habe keine freunde ich habe schluck auf ich suche auf diesem wege eine partnerin was komme ich mal ganz langsam raus aus dem ist hier hallo jetzt sind wir wieder hier okay und was machen oder bin ich falsch abgebogen was sind denn alle was denn ist ja hier ich gar nicht gesehen tschuldigung ich dachte du wirst alles von den monstern ich wollte gerade eingreifen so ach so hier käme jetzt der endboss aber der ist nicht da wo ist denn unsere frau witsch blät vielleicht muss sie erstmal wieder gesund werden damit damit es weitergeht haben die dienst krankenhaus gebracht wo ist sie denn eigentlich eben lag sehr krank in der gegend rum ja jetzt sagen die nach der ganzen kacke ist das ende in dem quest hier so verpackt wie ich mit meinem schluck auf so und angenommen wir brechen das jetzt ab und gehen zurück nach millennium city müssen wir sagen direkt von noch mal neu anfangen weil hier habe ich weil hier gibt es doch also hier wo ist das portal das ist das normale return to millennium city wo ach so hier geht es glaube ich gerade los es ist alles in ordnung hier ist hatte nur ein bisschen es geht wohl irgendwie weiter hier das gesehen alle zusammen das war aber bestimmt noch nicht der endboss das sind nur seine schergen ich meine wenn wir einfach von millennium city dann wieder hier zum endkampf zurückkommen können ist ist ja kein problem dann kommen können wir jederzeit wieder kommen aber also weil die quest sagt eigentlich dass es ja noch weiter geht ja ich denke auch dass da noch irgendeine große endschlacht kommt das wäre ja sonst wirklich ein bisschen mies ja mir fehlt da halt die und die witsch die witsch kräfte tut sie die ist doch verletzt worden von dem dämonen da vorhin dann haben wir gegen diese ganzen angriffsleute kämpfen jetzt ist die auch nicht hier vielleicht muss die erst gesündet werden ja auch chess ist da hell wie geht es hier ich sterbe das habe ich wieder seit einer stunde oder gibt es da kann man ist das eine belohnung so eine marke wieso nimmt die denn keiner jetzt habe ich sie ja dann aber wenn es nicht weiter geht dann gehen wir eben auch wieder zurück nach millennium city würde ich sagen äh wir gehen ja ja wir gehen die 1 warum nicht transfer Gott endlich sind wir wieder da raus und sehen wieder normale sachen Thema dieses lila und all diese irren farben naja ok hier ist jetzt alles grün aber trotzdem oh was ist das denn da ein geschenk oh geschenk hey der glaubt mir mein geschenk da ist ein ja ein mistkerl hier in verschämtheit pf naja dankeschön gern geschehen man oh der im king of lost hope oh hier wär ja die frau witchcraft aber ich glaube das nur der der standard npc der hier immer rumsteht das ist nicht unsere you're looking well you're looking well your aura shimmering bla bla oh ja toll das ist millennium city normal largely thanks to you goodbye ja also ich glaube die die witchcraft aus unserem quest die war verletzt und ist jetzt irgendwie tot oder wird irgendwo gesund gepflegt auf jeden Fall haben wir die verloren und das ende da ist auch glaube ich noch nicht das wirkliche ende von dieser quest gewesen ja dann würde ich sagen wir verschwinden hier machen noch mal ein paar normale sachen in der stadt ob da wir sind aus diesem furchtbaren questings da raus ist ja schön sonne häuser alles ist gut hurra schön und immer noch winter hier